Willkommen zurück Leute, hier bei Let's Play Tales of Hesperia. Ich bin wieder bei der Hüschchengehütte und bekomme niedliche Hasenohren. Das war es doch noch nicht. Okay, niedliche Hasenohren sind für Judith. Oh yeah. Theoretisch mit dem Hasenkostüm total überflüssig. Übrigens, Hüterin der Wald ist dieses Kostüm, ihr erinnert euch. Sie hat auch den witzigen Drachen von mir bisher bekommen. Ist auch ganz süß, das darf man sagen. Niedliche Hasenohren sind so, aber dann kriegt sie den kleinen Drachen an den Fühler gepackt und gut ist. Es war ein Schicks. Und süße Dinge mögen wir doch alle. Jetzt kommen wir auch zu dem Punkt, wofür ich extra ein weiteres Rezept gelernt habe für diesen netten Herrn hier. Ja, meinen nehme ich an. Halt die Klappe und lass mich in Ruhe. Wir sind hier, um dich nach dem Verfahren zum Raffinieren von Immerlicht zu fragen. Immerlicht. Ho, Junge. Ho, ho, Jemine. Was hat er gesagt? Was für eine Antwort soll das denn sein? Ant von Antwort. Nicht Ant von Antwort. Willst du uns sagen, was du weißt? Das wollt ihr wirklich wissen? Soll ich euch nicht lieber die Maße der Schönheit nennen, die im Objektgeschäft arbeitet? Hm, er stellt uns wirklich vor eine schwere Entscheidung. Menschenskid. Bevor du uns überhaupt etwas erzählst, du bist doch derjenige, der Irrmein heißt, oder etwa nicht? Na, jetzt hör aber auf mit diesen Formalitäten. Hey, seid ihr sicher, dass dieser alte Trottel überhaupt noch richtig im Kopf ist? Solange das hier unsere einzige Chance ist, bleibt uns ja keine andere Wahl. Ist das wirklich unsere einzige Chance? Der kommt mir ziemlich verworren vor. Wen nennst du hier verworren? Das verworrenste, das es hier gibt, das ist deine Vorstellung von einer Frisur. Yuri, ich glaube, ich möchte lieber gehen. Komm schon, reiß dich zusammen. Hör zu, alter Mann. Wir sind hier, um dir ernsthafte Fragen zu stellen und lass endlich diese faxen. Ernsthafter als, so werde ich nicht mehr Milchbübchen. Also gut, wir wollen von dir etwas über das Verfahren zum Raffinieren eines Metalls namens Immerlicht erfahren. Falls ihr denkt, dass ich euch so etwas gratis sage, seid ihr schiefgewickelt. Und zwar schiefer als, äh, als... Schiefer als eine Wendeltreppe vielleicht? Die sind nämlich ganz schön schief. Wird zu Geld... Moment, dann willst du uns nicht dazu zwinglich, aus diesem Gefängnis zu befreien, oder? Nein, das ist nur was für Amateure. Was würdest du dann? Was ich wirklich sehr gerne hätte, das wäre eine gute, hausgemachte Mahlzeit. Was? Wenn ihr zu dumm seid, das beim ersten Mal zu verstehen, hat es keinen Zweck, es noch einmal wieder zu holen. Äh, pfff, noch einmal zu wiederholen. Ob ihr es glaubt oder nicht, aber der alte Ziegenbock geht allmählich sogar mir auf die Nerven. Das genügt, wir werden diesen alten Irren die beste Mahlzeit kochen, die er jemals gegessen hat. Einverstanden. Aber was sollen wir ihm denn kochen? Warum fragen wir nicht den, der für die Zubereitung seiner Mahlzeit zuständig ist? Also, den netten Herren hier drüben. Der alte Mann wird nie etwas Süßes essen. Ja, ich weiß. Ist doch egal. Nun, was ist, werdet ihr mal ein paar köstliche Leckerbüsten zubereiten? Jawohl. Oh Junge, was ist das? Was wird das denn sein? Du musst schon warten, bis es fertig ist. Wenn es schlecht genug schmeckt, mache ich vielleicht für den Rest meines Lebens in meinem Mund nicht mehr auf. Äh, wo ist es? Okonomiyaki müsste es gewesen sein, wenn ich jetzt nicht ganz Banane bin. Aber ich meine, das müsste es sein. Okonomiyaki. Bitteschön, probier das hier mal. Zeig mal her. Ich weiß nicht so recht, von hier aus sieht es ziemlich scheißig aus. Puh. Hat das dir geschmeckt? Was? Oh ja, ich bin potzappt. Zeit für ein Verdauungsschläfchen. Hey, nicht so schnell. Das ist ein netter Trick. Einfach im Stehen einzuschlafen. Was ist mit diesem Kenno los? Ihr wartet wohl auf, dass ich einschlafe, was? Na, dann könnt ihr warten, bis ihr schwarz seid. Jetzt hören wir mal gut zu. Na schön, ich glaube, ihr habt es euch verdient. Das ist in meiner Notizen zum Raffinieren von Immerlicht. Hoppla, das ist ja vollkommen aus dem Nichts aufgetaucht. Jetzt werde ich euch zeigen, was mit Leuten passiert, die versuchen mich im Schlaf zu überrumpeln. Versucht es ruhig. Alter, es ist nur eine Zahl und mit euch jungen Leute nehme ich jetzt noch alle Mal auf. Ich werde... ...nur noch ein wenig länger schlafen. Mensch, das war etwas ganz Besonderes. Ja, ich könnte selbst ein Schläfchen vertragen. Aber diese Notizen, das steht ja alles drin. Dann ist das also das echte Handbuch? Ich hätte es mir eigentlich viel beeindruckender vorgestellt. Das werden wir sicher herausfinden, soweit wir als Nobis gehen. Nehmen wir es also mit und kehren wir nach Manteg zurück. Er ist mittlerweile wahrscheinlich sicher ganz außer sich vor Ungeduld. Jawohl, holladivide Fee. Endlich diese Sidequest abgeschlossen. Das war schlimmer als die Hunde-Sidequest. Denn abgesehen davon, dass sie nicht abgeschlossen ist, konnte ich das wenigstens aufs Leben machen. Naja gut. Wir sehen uns wieder in Manteg, Leute. So, da wären wir auch wieder zurück in Manteg. Zum Abschluss dieser Quest. Endlich. Oder zumindest zum baldigen Abschluss. Darfst du überhaupt schon ausstehen? Ja, mehr oder weniger. Mir geht es jetzt viel besser. Es freut mich, das zu hören. Hier ist das, worum du uns gebeten hast. Ist das hier das geheime Handbuch? Wir glauben schon. Wir bekamen es vom alten Mann namens Irmine. Ja, es besteht nicht der geringste Zweifel. Das hier ist das echte Handbuch. Na also. Dann hatte der alte Mann zwar ein paar Schrauben locker, aber das Buch ist echt. Damit können wir das Immerlicht von allen Unreinheiten befreien. Denkt an meine Worte. Wir werden Objekte herstellen, die sogar die Waffen der Legenden in den Schatten stellen werden. Und das wiederum bedeutet, dass die Sehenschmiede wieder auf die Beine kommen werden. Ja, endlich ist unsere Zeit angebrochen. Das haben wir nun euch zu verdanken. Vielen Dank. Ach ja, eure Bezahlung. Hurra. Falls du je wieder Hilfe brauchen solltest, kannst du dich gerne wieder an die Brave as Barrier wenden. Ich meine jetzt ernsthaft, das ist so. Es war nicht viel Geld. Egal, Wiedersehen macht Freude in Dungrest. So, für eine ganz kleine Cutscene sind wir jetzt noch einmal zurückgekehrt nach Dungrest. Um die Szenerie zu genießen. Um die Cutscene zu sehen. Was ist Cutscene? Naja. Das Event zu betrachten. Wir haben nicht wirklich gedacht, bevor wir angefangen, um diese Arbeit zu machen. Aber, um die Guilden zu gehen, ist wirklich schwer. Was ist mit den Dichtungen, all of a sudden? Well, ich meine, es ist ziemlich obvious, warum wir angefangen, um die Arbeit zu machen, im ersten Moment. Weil wir lieben, dass die Leute glücklich sind. Aber was passiert, wenn wir die falsche Menschen helfen, oder wir enden tun mehr harm, als gut? Dann werden wir den totalen Resulten des Gegensatzes von dem, was wir machen können. Ja, aber wir nehmen den Mann, Novus, nicht wahr? Er sieht ziemlich glücklich im Ende. Ich hoffe, dass sie wiederholfen ihre Guilden, wenn alles fertig ist. Und der Mann von Ruins Gate war ziemlich begeistert, wenn wir zurückgebracht haben. Ich bin ein Schövel. Ein bisschen zu erschöpft, wenn Sie mich fragen. Ich meine, es ist ein Schövel. Einige Leute, wie Mimula, versuchen wir uns für die falsche Gründe, auch. Du musst immer die guten, die schlechte, sogar die schlechte, manchmal auch die schlechte. Das ist das die Guilden machen. Ich wünsche, dass wir ein Gehen auf die schlechte und die schlechte. Wir müssen nur auf diese Dinge, wenn wir sie sehen. Jeder ist mit einer schlechten Seite. Das ist nicht so. Also, es gibt etwas schönes in der Grunde von jeder und jeder Person. Wir müssen es versuchen, es zu sehen, in Menschen, die Dinge, die nicht zu tun haben. Peace, Liebe und Verständnis, oder? Nicht schau mal mit mir. Schöne Leute immer für was sie machen. In der Fall, Verteidigung, ich versuche dich an diesen Punkt. In der Fall, die Ziel sind wichtig, aber wir müssen immer immer sie erreichen. Vielleicht bist du richtig. Wenn alle glücklich sind, wo sie sind, wer ist, wenn es nicht das Ziel, die wir gehen haben. Auch wenn das bedeutet, zu verlieren, manchmal? Du schaffst deine Verlusten und weitergängst auf was, was weitergeht. Auch wenn du schaffst, in der Straße bist, du nicht fertig bist, so lange du noch respirierst. Huh? Naked? Wir lieben Judith, hier, sagen wir etwas, um sich zu schaffst. Down, Junge, down. Well, Yuri, bist du auf Raven's side, oder ich? Hold on. When do we start to choose sides? What's so tough about this? You just have to learn from your mistakes. That's the basis for any kind of learning. Rita. For starters, just try to enjoy the ride a bit more, like these clowns do. Yeah, I will. Huh? Gut, es war wenigstens tiefsinnig. Okay, damit haben wir die Immerlicht-Quest auch abgeschlossen. Sie liegt hinter uns. Das heißt für mich jetzt nur noch ein paar Titel einsammeln, etc. PP, kannst du uns ansehen. Nee, du wirst schon das gute Zeit geben. In Miorso! Habe ich gesagt Miorso? Ich meinte natürlich nicht Miorso. Nein. Ich meinte Aurion. Äh, Aurion. Weil Miorso das, was ich machen will, noch nicht geht. Ist das auch ein Barriereblas hier? Das ist nicht aktiviert, aber... Auch wenn es nicht funktioniert, vielleicht sollten sie es als Symbol für den Schutz der Stadt hier lassen? Ich glaube, ich habe es verstanden. Hallo? Was hast du verstanden? Warum ich Blastia mag? Für mich sind Blastia wie Geschwister. Geschwister? Ich wuchs ohne Vater auf und meine Mutter starb auch, als ich noch klein war. Aber die Blastia waren immer bei mir, auch wenn sonst niemand da war. Das meintest du also mit Geschwistern? Klingt nachvollziehbar. Und meine Blastia-Kenntnisse entwickelten sich und wuchsen gemeinsam mit mir. Vielleicht fühlte ich mich deshalb mit ihnen verbunden? Und drückte mich so auf, wenn sie kaputt ging. Aber bald werde ich mich von all diesen Blastia verabschieden müssen. Geschwister. Könnte ich nicht ewig begleiten. Irgendwann musst du auch ohne sie zurückkommen. Irgendwann, sagst du? Und wenn du jemanden triffst, der noch wichtiger für dich ist. Aber nur weil du getrennt von ihnen bist, bedeutet das nicht, dass diese wichtige Verbindung nicht mehr besteht. Vielleicht habt ihr recht. Nur weil ihr getrennt seid, musst du nicht unbedingt vergessen, wie wichtig sie dir sind. Oder wie sehr du sie liebst. Estelle. Judith. Und Rita, du hast viele Menschen getroffen, denen du sehr viel bedeutest. Stimmt doch. Hm. Aber wir sind noch lange nicht so gut wie die Blastia. Noch lange nicht so gut? Offensichtlich. Du bist schrecklich, Rita. So dankst du mir, meine Liebe. Du undankbares Weib. Ihr seid so nervig. Und du bist das Schlimmste von allen, alter Mann. Eines Tages wird Rita vielleicht lernen, wie man Bekundungen von Zuneigung taktvoll entgegennimmt. Macht doch nichts. Ich meine, das ist doch eine ihrer süßesten Charakterzüge. Ja, wir müssen zweimal dieses Blastia untersuchen. Mit Rita als Charakter auf der, also, auf der, ja, in der Umgebung halt. Ihr wisst schon, als Anführer. Finde ich ein bisschen schräg, weil da würde ich nie drauf kommen, aber ist in Ordnung. Maria, ich komme wieder. Läuft einfach rum und gibt dem Blastia einen Namen. Das ist doch ein sehr netter Name. Ja, das schon, damit geht es eigentlich. Ja, aber egal. Gut, pennen. Für mehr Cutscenes. Ich hoffe, das passt noch. Wenn sie mit einem schräg, sie oft schrägern, sie schrägern, ihre Schrägern und sich selbst schrägern. Sie bekommen mehr Kraft, als sie brauchen. Und sie werden überwürdig, als sie es haben. Das war mein Verständnis von Mensch. Mensch sind ziemlich interessant. Sie werden nicht verraten, als sie schrägern. Ein Moment, sie können einen Freund schlafen, und die nächsten werden sie zu fühlen, zu lieben. Seine Hirten können sie besser werden, oder verloren werden. Alles das macht sie gefährlich. Wie lange, bis sie sich verletzt, durch ihre Worte für die Macht? Wie lange, bis sie alle, die sie lieben zu ihnen, in ihrer Struggle für die Supremation? Wenn sie vor einem wunderschönen Krieg sind, werden sie ihre Resolve halten? Sie glauben nicht in sie selbst? Ich wünschte nur die Delikatie der Situation. Wenn sie zu groß werden, müssen sie nur auf den Boden schlagen. Es scheint, dass die Veränderung in die Spiritsform nicht schlafen hat unseren Leidern. Und es gab keine Veränderung in den Optimismus, die dich so charakterisiert hat, Uundin. Und du bist immer so kassierig und vorsichtig, wie du immer warst. Hast du nicht die Angst, die dich in konstantem Wettbewerb über die Katastrophe im Meer? Es war alles, was die Antalikea und die Menschen tun konnten, um sie zu 1.000 Jahre zu entfernen. Die Menschen haben gesagt, dass wir als Spirits die Macht haben, um ihn zu verletzen. Aber... Sag nicht mehr. Sprechst du es laut, wird nur deine Angst erhöhen. Wir sind eine neue Macht, die die Körnerstunde dieser Welt formen. Die Antifargos ist nichts. Okay, es wird nicht ganz passen. Also, beim nächsten Mal Leute, mehr Cutscenes in Ornion.